Ab heute sind Ferien und dieses Jahr fliegen wir nach. Wie heißt das gleich? Wir kommen in unseren Föhn in Rumänien. Ah, sie sind von Deutschland. Was ist das denn? Das ist ein Stausee. Große Firmen aus der ganzen Welt bauen unsere Flüsse zu. Wasserkraft erzeugt ja Energie, aber macht auch die Dörfer kaputt. Da muss man doch was dagegen tun. Windräder bauen. Windräder wollt ihr hier bauen. Das ist ein Stausee. Und hier wird Wasser fließen. Das wirst du schon noch lernen, wenn ihr dann nach sieben Bürgen zieht. Lieber Herr Ingenieur, weiß das Kind nichts vom Umzug. Ich ziehe da nicht, dieses Scheiß löst. Hey, Rumänien ist total schock. Ich hab's euch. Hey, hey. Maxi, mag ich mal sehen? Können Sie mich vielleicht zu meinen Eltern bringen? Mag ich lieb. Wenn du deine Tochter wiedersehen möchtest, dann solltest du hier keine Windräder. Warum? Ich stehe, sie ist ein Fürst. Was machen wir jetzt? Wir können dich auch selber suchen. Na los, ein bisschen schneller hier, Scheiß-Tita. Merke dich, du hier Gast. Wir gute Leute. Wo ist sie denn? Fahrer mit Mercedes. Ich war ein Bruder, Tibi. Wie alt ist Tibi? 14. 14. Du bist also ein Blitzmerker. Gehst du wieder aufs Gymnasium, was? Aber von dir lasse ich mich nicht wegpusten, du. Und von deinem Papi und seinen Fintrinnern erst recht nicht. Ich krieg euch noch! Mama! Papa! Das ist sie, das ist sie! Nelly! Und jetzt, das passiert ein Blitzmerker. happily schUMbe ich n Nazis. igasabstin Taylor Berde life ein ël 0 1 0 0 0 € 0 0 1 0 Vielen Dank.